Mal wieder haben die Entwickler sich selber verraten. Am Mittwoch wurde ein neues Pack für die Sims 4 geleakt, alles zum ersten geteilten Bild jetzt. Irgendwie ist es bei den Sims immer so, entweder wir erhalten mehrere Wochen lang gar nichts oder direkt haufenweise wenige Tage hintereinander. Nachdem die Entwickler vor wenigen Tagen bereits einen neuen Quartals-Teaser mit kommenden Inhalten veröffentlicht haben, gab es auf der EA-App einen kleineren Leak. Dieser bezieht sich auf ein neues Sims 4-Set. Das Forscherbild des bisher unveröffentlichten Inhalts konnte man nämlich für wenige Stunden auf dem des bereits veröffentlichten moderne Männermodesets finden. Auf Englisch heißt das Pack Simteamates Collection Kit, was auf Deutsch übersetzt so viel wie Intime oder um dem Wortspiel treu zu bleiben Simteame Kollektion bedeutet. Tatsächlich lagen wir mit der Vermutung richtig. Bei diesem Inhalt handelt es sich um neue Unterwäsche für männliche und weibliche Sims. Ob hier eventuell auch neue Bademode mit dabei ist, ist derzeit noch unklar. Der Titel könnte beides mit einbeziehen. Das Outfit der Sims-Dame rechts haben wir so bereits auch schon mal im Entwickler-Stream aus dem Oktober gesehen. Dieses wird also Teil des neuen Sets sein. Vermutlich steht einer sehr baldigen Ankündigung nichts im Wege, möglicherweise erhalten wir das neue Set ja schon nächste Woche. Was denkt ihr zum ersten Bild? Sagt euch so ein spezielles Thema nur auf die Unterwäsche der Sims bezogen zu oder ist das euch zu nischig? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann bis zum nächsten Video.